Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Trailer-Analyse-Video vom Poppy Playtime Kapitel 2 Trailer. Wir haben ja bereits im Livestream live auf das Trailer-Reveal reagiert. Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Haben ja einfach mal während dem Livestream Zuschauer-Rekord geknackt. Kuss, geht raus. Aber im Trailer waren einfach so viele Sachen. Wir haben nach dem Trailer schon im Livestream 20 bis 30 Minuten damit verbracht, Einzelheiten zu analysieren. Aber ich habe euch versprochen, dass wir nochmal eine richtig ausführliche, ins kleinste Detail-Trailer-Analyse machen. Und eins sage ich euch jetzt schon mal vorweg, das ist für diesen Trailer auch absolut nötig. Es sind so viele neue Inhalte in Kapitel 2 drin. Wir haben mindestens zwei, drei neue Gegner. Ich sage hier mindestens, weil wir haben auch neue Versionen von Hagiwagi. Und wenn wir die neuen Versionen von Hagiwagi mit dazu zählen, haben wir einfach mal so circa sechs neue Gegner in Kapitel 2. Das wird eine wilde Fahrt. Deswegen schauen wir uns jetzt den Trailer noch einmal genau im Detail an. Ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall zu erklären, denn wir haben auch ganz viele neue Spielmechaniken. Ich sage ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob die mit Kapitel 2 nochmal einen raushauen können oder an den Erfolg von Kapitel 1 anknüpfen können. Aber ich glaube schon. Der Trailer hat mich extrem überrascht, denn mit so vielen neuen Inhalten habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich glaube, ihr auch nicht. Aber wir starten jetzt rein in das Video. Lasst ihr gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, damit ihr den Start von Kapitel 2 nicht verpasst. Wir werden natürlich sofort reingehen und wie in Kapitel 1 jedes kleine Secret und Geheimnis aufdecken. Deswegen lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Trailer. Wir lassen den noch einmal komplett durchlaufen, damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Musik Terrible things have happened. Where do I even begin? Du bist perfekt. Es ist zu perfekt, um zu verlieren. Du bist in der Gefahr schrecklich. Sie ist auf jeden Fall. So you better be careful. Mommy doesn't like guests. A new playmate! It's been so long. Okay, ihr habt den Trailer gesehen. Gehen wir mal rein in die Analyse. Und wir haben so viele neue Sachen in diesem Game drin. So viele neue Sachen, die in Kapitel 2 dazukommen werden. Und ihr habt garantiert einiges gerade schon im Trailer übersehen. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Das Ganze startet jetzt schon mal hier mit der Sequenz, an der diese kleine Hagi-Plüschfigur von dieser Hand von Mommy Long Legs weggezogen wird. So, jetzt wird es schon mal direkt interessant. Denn im Livestream haben einige geschrieben, hey, das ist ja Hagiwagi, der ist ja runtergefallen und jetzt wird er weggezogen. Aber Leute, das geht jetzt an die, die im Livestream dabei waren. Und es haben auch einige unter dem Livestream kommentiert. Überlegt mal, wie groß diese Hand ist, wenn das die große Version von Hagiwagi ist. Das passt ja auch gar nicht im Größenvergleich zu den Bodenfließen. Und natürlich ist da, wo Hagiwagi hingefallen ist, da gab es ja keine Bodenfließen. Er ist einfach in dieses Loch gefallen. Wir wissen ja gar nicht, wie der Boden aussah. Also das hier ist definitiv eine Plüsch-Version von Hagiwagi. Ein kleines Plaschi, was von dieser Hand weggezogen, weggerissen wird. Und jetzt hören wir Poppy im Hintergrund reden. Die Poppy-Voicelines werden wir ganz am Ende vom Trailer einmal alle zusammen uns anhören und analysieren. Weil es ist recht interessant, was Poppy während des Trailers erzählt. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die visuellen Sachen, die wir im Trailer sehen. Und wir haben hier direkt die nächste Szene, wo wir sowas wie einen Indoor-Bahnhof in der Playtime Corporation sehen. Wir sehen so eine Art Spielzeug-Güterzug, der aber relativ groß aussieht, sag ich mal. Also es ist definitiv kein Spielzeug-Zug, ja. Wir können hier im Hintergrund an den Spinneweben, können wir Spielzeuge hängen sehen. Und im Größenvergleich sieht man auf jeden Fall, dass der Zug auf jeden Fall so groß ist, dass wir als Spiele-Charakter da rein könnten. Also es ist kein komplett großer Zug, wie wir ihn jetzt aus dem Real Life kennen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zug, der so groß ist, dass man den betreten kann. Und gerade haben wir schon direkt über den nächsten Faktor gesprochen. Und diese ganzen Spinnenweben im Hintergrund. Unser Gegner ist ja Mami Longlegs. Ihr habt sie eben am Ende vom Trailer gesehen. Sieht auch, ja, mehr oder weniger spinnenartig auch aus, die Dame. Bisschen rosa, aber das ist okay. Und im Hintergrund sehen wir überall die Spinnenweben, wo die Spielzeuge drinne festhängen. Wir sehen da zum Beispiel den Dinosaurier oder auch Catbee hängt direkt oben drüber. Ja, und ansonsten sieht das halt aus, wie gesagt, wie so ein Indoor-Bahnhof. Wir haben hier scheinbar in der Mitte sowas wie Treppen, die links und rechts und in der Mitte runter gehen. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich Treppen sind. Es sieht so aus, schwer zu sagen. Aber hier wird sich garantiert auch die ein oder andere interessante Szene abspielen. Kommen wir nun aber zu einem wirklich, wirklich, wirklich wichtigen Punkt, der uns vielleicht bereits Hinweise auf das Release-Datum von Kapitel 2 gibt. Darüber haben wir auch lange im Livestream gesprochen. Denn wir haben hier im Hintergrund eine Uhr, die auf den Kopf gestellt ist. Das ist in römischen Ziffern. Und ihr seht es, hier oben ist die 6, hier unten ist die 12. Und wir haben einen Zeiger auf der 12 und einen Zeiger auf der 3. Was vielleicht schon mal ein Hinweis auf das Release-Datum sein könnte. 12.3. Dann wäre es in ungefähr drei Wochen so weit, dass Kapitel 2 bereits rauskommen würde. Ist natürlich nur eine Vermutung. Wir haben keine Bestätigung, dass das Game wirklich am 12.3. rauskommt. Aber ob es am 12.3. rauskommt oder nicht, meine Vermutung ist ganz stark, dass wir Kapitel 2 auf jeden Fall im Laufe vom März spielen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht haben wir aber auch Pech und es kommt später. Aber wir lassen uns überraschen. Kommen wir direkt zur nächsten Szene. Hier haben wir wieder irgend so einen Gang, durch den man durchgeht. Das ist jetzt relativ unspektakulär. Gibt nichts Neues hier zu sehen. Einfach nur mal wieder so ein langer, düsterer, finsterer Gang mit einer verriegelten Tür am Ende. Das einzige, was an dieser Szene wichtig ist, wir haben hier noch unsere rote Hand. Das ist gleich nicht mehr der Fall. Die ist gleich weg. Denn schon direkt in der nächsten Szene fehlt hier unten rechts die rote Hand und der Spiele-Charakter gönnt sich einfach mal flups eine grüne Hand. Und da wird es gleich auch noch mal interessant im Trailer. Denn scheinbar hat jede Hand jetzt ab Kapitel 2 unterschiedliche Fertigkeiten. In Kapitel 1 konnten wir die beiden Hände quasi gleich nutzen. Wir brauchten halt nur beide Hände für manche Türen oder um über längere Strecken den Strom zu übertragen. Aber wir konnten beide Hände für die gleichen Aufgaben benutzen. Ob wir jetzt mit links erst den Strom gepackt haben, also mit der blauen Seite und dann mit der roten Seite übertragen haben. War vollkommen egal, wieso man das gemacht hat. Aber scheinbar haben jetzt ab Kapitel 2 die unterschiedlichen Farben unterschiedliche Sachen, die man damit machen kann. Dazu werdet ihr aber gleich noch mehr sehen. Jetzt haben wir hier diesen einen Raum, den man nur ganz kurz sieht. Das sieht so ein bisschen aus wie ein großer Überwachungsraum mit ganz ganz vielen Kamerabildschirmen an der Wand. Ja, wo man vielleicht verschiedene Bereiche von der Playtime Corporation überwachen und beobachten kann. Wie so eine Art Sicherheitszentrum oder sowas. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es das wirklich ist. Denn es sind echt viele Bildschirme. Und die Bildschirme sehen auch ziemlich groß aus von hier. Und sie gehen halt bis runter auf den Boden. Wer macht in einem Sicherheitszentrum, wo die Leute die meiste Zeit an Tischen sitzen, die Bildschirme bis auf den Boden. Und wir haben hier eine Brücke wie über so einen Abgrund. Und das sieht aus wie eine Brücke, die man bei Bedarf einklappen könnte. Ist ja nur so eine Gitterbrücke, ist ja nichts Gemauertes. Für mich sieht das so aus. Denn wir werden gleich im Trailer noch einige neue Version von Hagiwagi sehen. Und wir wissen, dass Hagiwagi ein Experiment ist. Wir wissen, dass die Experimente besser weggeschlossen werden sollten, um sie in Sicherheit zu halten. Und vielleicht sind das hier auch alles verglaste Gefängniskammern in einem großen Raum. Und hinter jeder von diesen Glasscheiben verbirgt sich eins der Experimente, das in der Playtime Corporation durchgeführt und dann weggeschlossen wurde. Denn der Raum hier sieht mir einfach, ich weiß es nicht, es könnten auch einfach nur Bildschirme sein, aber ich vermute anderes. Und jetzt haben wir hier die erste Szene, wo wir die neuen Fertigkeiten der blauen Hand sehen können. Denn wir haben hier ein riesiges Treppenhaus, vielleicht das Treppenhaus in die Hölle. Und wir können uns einfach mal ganz bequem nach oben ziehen mit der blauen Hand. Sowas war bis jetzt auch nicht möglich. Jetzt haben wir hier nochmal eine Sequenz, wo so ein armes Hagiplaschi einfach durch einen Gang durchgeschleift wird. Und jetzt kommen wir zu einer richtig interessanten Fertigkeit. Jetzt sehen wir nämlich, was die grüne Hand kann. Wir haben hier so einen neuen Energieverteiler an der Wand. Man klatscht die grüne Hand da drauf und dann hat man quasi Strom, den man in dieser grünen Hand transportieren und mitnehmen kann. Und dann können wir ihn einfach so verteilen. Wir brauchen also keine Übertragung mehr von Hand zu Hand. Eine Hand an Strom, andere an den Verteiler. Sondern wir können es einfach mitnehmen und klatschen das Zeug da drauf und können so Türen öffnen. Interessante neue Mechanik. Und ja, das Ganze wird noch viel interessanter. Denn vielleicht können wir ja sogar zwischen den unterschiedlichen Händen wechseln. Wir haben ja eben einmal schon den Wechsel von Rot auf Grün gesehen. Vielleicht muss man aber für bestimmte Abschnitte auch wieder zurück wechseln. Dass wir wirklich jetzt viel individueller noch mit diesen Händen arbeiten können. Das würde das Ganze nämlich auch nochmal richtig interessieren. Denn wenn wir jetzt hier in die nächste Szene gehen. Das sieht hier tatsächlich auch so ein bisschen so aus, als wären wir jetzt in diesem Überwachungsraum. Ihr seht da rechts diese Bildschirme. Aber hier haben wir jetzt noch diese Kugeln. Die waren ja eben definitiv nicht dabei. Also sehr interessant, was es mit diesem Raum auf sich hat. Vielleicht sind es Bildschirme, vielleicht sind es Gefängniskammern. Keine Ahnung. Fakt ist aber, dass wir hier jetzt ganz viele farbige Kugeln haben. Wir haben eine blaue Kugel. Blaue Hand. Grüne Kugel. Grüner Hand. Rote Kugel. Für die rote Hand. Die wir jetzt gerade nicht mehr haben. Aber definitiv rot für rote Hand. Und hier ist noch eine gelbe Kugel. Vielleicht für eine gelbe Hand. Die auch in Kapitel 2 vielleicht drinnen ist. Eventuell ist das hier nämlich sogar der Raum, wo wir vielleicht die Hände so einlagern können. Oder so. Keine Ahnung. Und dann an diesen Orbs, an diesen Kugeln immer auf eine neue Hand wechseln können. Die wir für einen bestimmten Abschnitt im Game brauchen. Das wäre ultra interessant, dass wir wie so ein Kontrollzentrum haben, wo wir immer reingehen können. Und uns neue Hände holen, wenn wir welche brauchen. Und wenn wir jetzt hier in diesem Raum nach oben gucken. Seht ihr es da oben? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier oben ein Gegner, ein neuer Feind ist. Oder ob das irgendwie halt eine Statue ist, die da fest ist. Ob das eine Zeichnung ist. Keine Ahnung. Das Problem ist, Poppy sagt an dieser Stelle im Trailer auch, du bist in furchtbarer Gefahr. Vielleicht ist es hier wirklich auch schon ein neuer Gegner, ein neuer Boss, irgendein Monster, was uns auch in der Playtime Corporation jetzt zu Leibe rücken wird. Irgend so ein Blumenspielzeug, das lebendig geworden ist und uns jetzt ans Leder will. Sieht sehr, sehr wild aus. Und hier haben wir direkt die nächste interessante Szene. Sieht aus wie so ein großer Spielplatz. Wie so ein Hindernis-Parcours. Fast wie so ein Ninja-Warrior-Parcours. Nur in einer abgeschwächten Form. Auf jeden Fall auch ein richtig interessanter Spielbereich. Hier muss man wahrscheinlich hochklettern. Hier oben die Ringe sind grün. Hier ist einer blau. Vielleicht muss man sich daran langhangeln, um auf die andere Seite zu kommen. Weil hier ist auf jeden Fall abgezäunt. Hier ist safe ein Abgrund und man muss irgendwie da rüber kommen. Aber jetzt, wenn wir uns umdrehen... Wer ist denn der Kollege? In diesem Spielbereich fliehen wir ganz offensichtlich vor einer Raupe. Eine lilane Raupe kriecht hier hinter uns her. Die einen, naja, kein Schweinsgesicht, aber auf jeden Fall eine Schweinsnase hat. So wie das aussieht. Ziemlich, ziemlich eklig. Die verfolgt uns jetzt scheinbar auch in der Playtime Corporation. Da haben wir direkt den nächsten Gegner. Das ist auf jeden Fall ein Gegner und irgendeine Gestalt, die uns hier verfolgt. Denn diese Raupe bewegt sich auch. Und hier sind wir direkt im nächsten interessanten Bereich. Es hört einfach nicht auf. Dieser Trailer ist so voll mit Content, Leute. Es ist unglaublich. Und hier haben wir jetzt auch direkt einen alten Bekannten, der wieder da ist. Ich mach meine Facecam mal ein bisschen hier rüber. Und jetzt könnt ihr hier oben links im Bild sehen, Hagiwagi. Die blaue Version ist auch hier unser Gegner aus Kapitel 1, der ja eigentlich zu Tode gestürzt ist, ist zurück. Und auch ein Grund, warum das am Anfang definitiv ein Plaschi ist. Wir haben also die blaue Version von Hagiwagi, die ganz offensichtlich hier aus einem Rohr geklettert kommt, um uns zu Leibe zu rücken. Wir haben hier eine grüne Version von Hagiwagi, die auch aus einem Rohr kommt, um uns zu schnappen. Wir haben... Oh, da sieht man es nicht so gut. Moment. Ah, so sieht man es besser. Wir haben Kissy Missy, die pinke Version von Hagiwagi, die hier auch aus einem Rohr kommt, um uns fertig zu machen. Und wir haben hier unten, das kann man richtig schlecht sehen, eine gelbe Version von Hagiwagi, die aus dem Rohr kommt, um uns zu Leibe zu rücken. Wir haben also insgesamt vier Versionen von Hagiwagi in diesem Raum, die offensichtlich hinter uns her sind. Und oh mein Gott, das habe ich im Stream nicht gesehen. Über dem gelben Hagiwagi guckt hier oben noch ein blauer Hagiwagi raus. Fünf Hagiwagis. Also in diesem Raum. Scheinbar wurden alle Experimente freigelassen. Denn irgendwer muss sich scheinbar schnell um uns kümmern. Hier ist also richtig Action in Kapitel 2. So viel kann ich euch sagen. Und jetzt kommen wir hier durch so einen unterirdischen Tunnel. Wir sind wie in so einem Erdloch auf einmal. Ne? Einfach so eine Höhle, durch die wir durchgehen. Dann können wir uns jetzt mit der blauen Greifant über Abgründe schwingen. Habt ihr gerade gesehen? Und nun... ...kommt der neue Hauptcharakter. Sieht ja eigentlich recht freundlich aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das überhaupt nicht freundlich wird. Das ist unser Gegner, unser Hauptgegner für Kapitel 2. Mami Long Legs. Mami doesn't like Guests. Mami mag gar keine Gäste. M-m. Ne, ne. Hier wird uns also gefährlich in Kapitel 2. Ich bin echt gespannt, was sie so für Fertigkeiten hat. Wie sie uns verfolgt. Wie sie uns das Leben schwer macht. Und so wissen wir jetzt auch endlich, wer unser Hauptgegner ist. Richtig, richtig nice. Gerne eure Meinung zum Design. Unten in die Kommentare. Weil sieht ja recht freundlich aus. Aber Hagiwagi sah am Anfang auch recht freundlich aus. Ich schätze mal die Monster-Version von Mami Long Legs. Die kriegen wir erst im Game zu Gesicht. Aber kommen wir nun zu den Voice Lines von Poppy im Trailer. Wir haben Poppy am Ende von Kapitel 1 befreit. Und scheinbar nimmt Poppy jetzt wirklich die Rolle einer freundlichen Begleiterin ein. So klingt es jedenfalls im Trailer. Sie gibt uns alle möglichen Tipps und Hinweise. Denn scheinbar ist Poppy wirklich nicht das große Böse. Sondern freundlich gesinnt und möchte uns helfen. Ich fasse euch jetzt kurz zusammen, was sie im Trailer sagt. Im Grunde genommen sagt sie, schreckliche Dinge sind passiert. Wo fange ich überhaupt an? Du bist perfekt. Zu perfekt, um dich zu verlieren. Das sagt sie zu uns. Zum Spielecharakter. Und dann sagt sie halt noch, du bist in furchtbarer Gefahr. Sie beobachtet alles, was du tust. Und dann sagt sie am Ende natürlich noch, Mami doesn't like guests. Mami mag keine Gäste. Sie warnt uns also vor, Mami, dass wir aufpassen sollen. Sie beobachtet uns. Schreckliche Dinge sind passiert. Aber der wirklich interessante Part ist, du bist perfekt. Zu perfekt, um dich zu verlieren. Und eine der Theorien in Kapitel 1 war ja auch, dass wir auch, der Spielecharakter, eins der Experimente ist. Dass wir gar nicht einfach nur so zurückgekehrt sind oder so, sondern dass unsere Wurzeln auch in der Playtime Corporation liegen. Dass wir der Spieler auch vielleicht Experiment 1007 sind. Weil Experiment 1007 wird thematisiert, aber es wird nie explizit im Game gesagt, dass Experiment 1007 wirklich Hagiwagi ist. Und Experiment 1007 kann ja definitiv kooperieren, versteht Kommandos und vielleicht sind das ja auch wir. Und vielleicht sagt Poppy deswegen, du bist perfekt. Zu perfekt, um dich zu verlieren. Vielleicht sind wir so ein gutes Experiment gewesen, dass es einfach nicht gut gewesen wäre, uns zu zerstören, uns zu vernichten, sich von uns zu entledigen. Wie sie es ja scheinbar mit anderen Experimenten bereits vorher gemacht haben. Das ist eine Theorie, die man mit dieser Voiceline in Verbindung bringen könnte. Selbst wenn diese Theorie aber nicht zu dieser Voiceline gehört, ist es auf jeden Fall sehr interessant, was Poppy denn damit meint. Warum sagt sie zu uns, du bist perfekt, zu perfekt, um dich zu verlieren. Was ist denn an uns bis jetzt so besonders? Außer, dass wir Unruhe in der Playtime Corporation stiften. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Bin wirklich gespannt, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, es wird in Kapitel 2 aufgelöst. Ich hoffe, wir sehen mehr, was die Rolle von Poppy wirklich so zu bedeuten hat. Ist Poppy wirklich unsere freundliche Wegbegleiterin oder steckt da noch mehr dahinter? Lasst gern eure Meinung, eure Theorie, eure Story zum Trailer in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt, so wie immer. Wenn euch die Analyse gefallen hat, wie gesagt, hier auch noch mal gerne einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich abonnieren, damit ihr den Start von Kapitel 2 auf keinen Fall verpasst. Sobald es nämlich losgeht, mache ich garantiert sofort ein Video dazu. Ansonsten könnt ihr jetzt wie immer euch hier drüber irgendein Video aussuchen. Wie gesagt, hier Hauptkanal abonnieren, vielleicht auch hier unten auf dem zweiten Kanal vorbeischauen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.